Mittlerweile sind wir beim Möselstadion. Das ist bekannt für das Hypo-Meeting. Das ist ein Mehrkampf-Meeting. Sieben-Kampf- und Zehn-Kampf. Das ist eines der weltbekanntesten Meetings. Es ist bei den Athleten sehr beliebt und es hat sogar schon drei Weltrekorde gegen Götzes. Und ich bin selber seit ich vier Jahre alt bin, eigentlich jedes Jahr da, sofern ich nicht irgendeinen Trainingskurs habe. Aber das ist so ein Pflichttermin. Und im Hintergrund haben wir das Stadion mit der neuen Laufbahn. Ja, mein markantisches Erlebnis im Möselstadion war der Weltrekord von Roman Zschäbeler 2001. Das waren 9.026 Punkte. War das erste Mal über 9.000 Punkte und da war ich live dabei auf der Ziegeraden, wo die 1500 Meter krank ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.